Kümmern sich, puh. Spielen viele Spiele. Nice. Puh, ist dein Alienhaus hier? Es ist kein Alien, das ist ein Stück Sche... Hier, lass dich mal. Ja, geil. Schön in die Augen, ne? Ey, yo, was geht? Hallo? Hey, hörst du... Hey, hörst du... Hey, ey, ey, das machen wir nicht. Guck mir gefälligst in die Augen, wenn ich mit dir rede. Willst du eingekleidet werden? Ja, na klar. Mach mich frisch. Okay, wir geben dir noch mal was zu essen. Wie? Nja! Okay, er ist schon niedlich. Wenn er sich freut, ist er niedlich. Und dann fängt er wieder an, mich anzuschreiten. Let's go, wir spielen ein paar Games. Ja! Food Swap! Oh, nee, das nicht. Fuck! Oh mein Gott, das ist intens! Noch drei kann ich missen. Oh, Junge, ich hole hier gerade so den Weltrekord. Oh, wirst du nicht fett, Alter? Nein, ich habe ein Flugzeug gegessen. Ja! Es hat geruckelt. Das kleine Michael Jackson, ne? Das macht keinen Spaß. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Komm, wir machen mal die Blumen. Ja! Wie, was passiert mit euren Augen? Zeite! Vergiss nicht die Zeite! Tot! Meist Ding ist, wir haben hier eine gelbe Kacke. Rote Kacke, sehr gefährliche Kacke. Grüne Kacke, Gurkenkacke. Schlumpfkacke, I guess. Oh Gott. Daher kommen die ganzen Mobile Game Ads. Dieses Spiel, das ist der Ursprung. Hallo? Ich habe es geschafft, oder? Oh, welche Scheiße muss ich finden? Ich habe gezwinkert. Zweimal. Nochmal. Oh mein Gott. Ich bin raus. Ich war raus. Dreimal gezwinkert. Warum ist das nicht Puduku? Das wäre so perfekt gewesen, Puduku. Oh mein Gott. Nein, kommt die vier. Zack. Nein, die vier kommt da hin. Das ist falsch. Ja, ich lieb Puh. Ich kann gar nicht kommentieren. Viel zu intensiv gerade. Endet das doch irgendwann? Das war krank, Alter. Drei hintereinander. Das ist viel zu ein... Oh Gott. Oh, die Cola sieht schon nice aus. Nein! Oh, ich habe ja wirklich vor Kack gar nicht auf die Zeit geachtet. Okay, was willst du haben? Bruder. Ich kann hier nicht mal einen Lippenstift machen. Dafür muss ich Level 20 sein. Wie viel soll man spielen, WTF? Ja, das kann ich ja wiedergeben. Ja, du das. Soll ich ihn zum Playboy machen? Oder ne Kuh? Ja, Militär. Genau. Okay, wir brauchen kurz ein bisschen... Wir brauchen kurz ein bisschen Freefall. Das geht nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Das ist das Ding. Friss Pommes. Friss Meerwertfett. Doch. Richtig so. Jawohl. Doch. 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 Du frisst das jetzt, Alter. Was soll das? Ja, ja. So, dann kaufen wir dir jetzt ein kleines, kleines Outfit. Let's go. Das war ne halbe Stunde. Holy shit. Ich hab ne halbe Stunde Puh gespielt. 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 Ich hab ne halbe Stunde Puh gespielt.